einen wunderschönen guten abend hier aus köthen aus dem garten der villa kreuz und es ist abend denn wir hatten ein wunderschönes konzert mit dem duo tupolino und das ist die band die neben mir sitzt und meine fresse kennt ihr schon aber die wunderschönen augen von nina es war ja wunderbar gypsy musik du hast professionell musik studiert und irgendwie hast du aber all deine sachen zusammengepackt nina und bist irgendwie nach ungarn stimmt das genau nach dem studium wer macht denn sowas ist ja unvernünftig das ist total unvernünftig und warum hast du es gemacht ich musste das machen ich wollte dahin also ich habe rucksack und geige genommen und ja was heute nach ungarn was ist so unterschiedlich an der klassischen ausbildung hier und an diesen gypsy klängen also klassik ist ja was völlig anderes es ist ja musik die die städter geschrieben und dann lernst du wie du dieses geschriebene spielst und interpretiert und ich wollte aber da in diese tanzhäuser gehen wo einfach die bands ihre musik machen und die leute dazu tanzen und wo meiner meinung nach oder für mein gefühl die musik mehr lebt und vor fünf jahren hast du norbert norbert scholli kennengelernt oder vorher schon wahrscheinlich kennengelernt auf 2007 ist tour topolino entstanden und was machst du für was hast du für musik gemacht ja ich mache hier auch heute noch das überwiegend jazz verwandte musik zeitgenösser und wir haben jetzt irgendwie mal als uns getroffen haben entdeckt dass wir gemeinsame vorlieben haben für sachen balkan jazz bluegrass music folk music alles mögliche und so konnten wir das mal zusammen bringen irgendwie das hat damals schon angefangen wie habt ihr euch kennengelernt das haben sich einige gefragt seid ihr nicht zusammen das war köln einfach bei einem konzert und dann hat sich also kennengelernt und man hat sich gehört ich hatte ein konzert zur gleichen zeit wie sie allerdings sie nach mir im gleichen ort und haben uns irgendwie angesprochen mehr oder weniger ich weiß nicht ob ich sie angesprochen habe oder sie mich ich kann ich weiß nicht mehr genau das war schon so lange her und dann aber beschlossen hausmusik zu machen weil es mal gesagt wir machen unsere kleine hausmusik er meinte er hat so ein notenheft mit vielen liedern aus was war's mazedonische musik mazedonische musik also da ist direkt auf angesprochen das war natürlich gut elf achtel siebzehn sechzehntel etc und so hat man sich dann zum ersten mal auch verabredet um sich mal zu hause zu treffen und das mal auszuprobieren und haben gespielt und das hat sehr viel spaß gemacht und dann habe ich ein paar sachen eingebracht die ich so im rucksack hatte von meinen reisen und norbert fiel sofort ein was man dazu machen kann und dann haben wir also eigentlich erstmal hobby mäßig unsere hausmusik und diese musik wir haben ja trotzdem unsere anderen musik natürlich gemacht ja und dann irgendwann wurde das immer so eine zusätzliche leidenschaft ihr macht ja professionelle musik davon lebt ihr und so weiter und aber das ist auch professionell aber ich sehe zumindest wenn ihr zusammen da auf der bühne steht die musik flirtet mit dem publikum ihr flirtet miteinander ihr flirtet mit dem publikum also es ist alles eins was ist das schönste gefühl wenn man da auf der bühne steht und und mit dem publikum eben in den dialog das ist total wichtig das ist total wichtig dass man nicht das gefühl hat hier ist eine wand und wir liefern irgendwas und dahinter der wand sind leute die das vielleicht mit kriegen oder nicht zum beispiel genau sondern wenn man merkt dass diese energie hin und her geht und dann hat man manchmal nach dem konzert mehr energie als vorher was auch schön ist natürlich wenn man leute berührt die wir ihn hinterher ansprechen und sagen sie kennen die musik überhaupt nicht oder kannten das noch gar nicht sonst und das ist hat sie total wie berührt oder angesprochen wie auch immer und dann was gegeben das ist super interessant dann also nicht nur den musikkenner und die wir auch gerne ansprechen wollen natürlich klar auf jeden fall aber aber eben auch derjenige den der noch gar keine ahnung davon hat und noch gar nicht vorbelastet ist mit musik und das ist natürlich ganz was besonderes wenn man das anscheinend wasser das verrückteste was ihr erlebt habt auf dem konzern das verrückteste strom ausgefallen belegen oh man das ist sehr spontane frage ist mal sehr viele kilometer gereist und das das war ja heute ich nenne immer drei begriffe und bitte um drei assoziationen dazu der erste begriff ist schmerz 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 assoziationen die mit musik zu tun haben die in bezug auf schmerz musiker aufregung gehört dazu zweiter begriff liebe gehört auch dazu dritter begriff sexualität gehört auch dazu ist das gleiche in grünen quasi ihr lebt in köln wo kann man euch erleben wenn man in köln euch erleben möchte ich meine die anderen termine von euch werden wir sowieso in die video beschreibung schreiben aber wo kann man euch erleben in köln spielen wir regelmäßig bei diesem festival musik in den häusern der stadt das ist im herbst immer vom kunstsalon so ein festival was in mehreren städten gleichzeitig ausgetragen wird das ist ein super festival dann in kleineren in kleiner auf kleineren bühnen manchmal auch wirklich in so kneipen wo man ganz nah an den leuten dran ist das machen wir eigentlich sehr gerne in köln und dann eben privatsachen ja genau aber es sind meistens auch gast spiele ob sie jetzt in köln sind das sind teilweise anfragen und so also so richtig regelmäßig ist jetzt auch schwer zu sagen wo wir da spielen jetzt also das einzig regelmäßige war diese musik in den häusern der stadt dieses festival aber sonst ist sehr sporadisch was wir machen ihre leidenschaft was sie da in ungarn noch tiefer kennengelernt hat wie kannst du die teilen das ist wie beim paar therapeuten gerade das ist ja eh viel freier ja es gibt ganz viel musik die mit zeitgenössischen jazz verwandt sind oder wo der zeitgenössische sich auch einflüsse her holt ob das die musik des balkans ist oder in der gypsy music das ist ja eh so eine fusionierung aus allen möglichen aus verschiedenen stilen so es hat alles mit dem es ist eine spielmusik ne es ist halt eine musik wo wirklich leute sich über ihr instrument auch ausdrücken nicht nur über gesang und eine stimme sondern auch über instrumentale fähigkeiten und sprachen die man damit rüberbringt und so weiter musikalische sprachen ja und da und da stehe ich halt auch drauf und deswegen war das halt ein guter ein guter zufall dass wir da beide sitzen das ergänzt sich auch gut ich habe das heute gespürt und es war wunderbar ich bin großer gypsy fan großer kesma fan es war ein wunderschöner abend für mich danke dafür und dankeschön auch für dieses gespräch und für alle die die beiden erleben wollen wie gesagt kanalbeschreibung und ansonsten grüße ich all meine abonnenten und die nächsten gäste sind bode ramelow und hertha däubler melin bis zum nächsten mal abonnenten die dann da bei Untertitelung des ZDF, 2020